Herr der Ringe Teil 3 ist technisch gesehen schon ein Highlight, aber ich habe irgendwie grundsätzlich ein Problem mit dem Fantasie-Genre. Ja, aber ich finde Herr der Ringe Teil 3 gehört gar nicht so... Entschuldigung, können Sie mir die vielleicht wechseln? Für den Zigarettenautomat. Ja. Das ist gar nicht Fantasie, das ist eher so ein eigenständiges Genre. Danke. Ja, ich will auch sehen. Äh, ja, aber... Ach, und für den Weg zum Zigarettenautomat, können Sie mir da vielleicht mit einer ausreden, das wäre... Mit was? Mit Zigarette. Mit Zier. Ja. Ja, gut. Bitte. Ja, ja. Kannst du dich mal kurz in den Gedanken halten? Das ist ein anderes Genre, das ist nicht Fantasy. Nicht Fantasy? Nein. Ja, pass auf, okay, Tolkien ist ja irgendwie der Urvater, das haben wir noch mal eine Frage... Der Orangensaft. Ja? Kann man den hier trinken? Jo. Ja? Der eigenständigen Genre ist... Darf ich mal kurz? Ja. Danke. Was? Ja, gut. Perfekt. Das ist echt eine Freundin. Mensch Leute, wie sieht richtig gut aus? Ja, gut. Danke. Bitte. Bloß gut, dass der Typ weg ist, ne? Wenn man da nicht aufpasst, dann schnauert er einem alles weg. Geld? Ziggis? Die Freundin? Nicht wahr, Anne? 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 Oh ja. Ist nicht wirklich mein Problem. Ich lass mir doch von so einem Typen nicht abschwatzen. So. Lass uns doch mit mir...